Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Uncharted 4 Wir sind hier immer noch auf der Flucht vor der Security Die Frage ist im Moment nur, wo müssen wir hin, da mit Sicherheit nicht Da kommen wir her Also möchte ich mal sagen, geht es weiter in die Richtung Guck doch weg 메�da Se riescy doni lasse, li troveremo l'ineki, di buchi Ma happens how toluded Resparable ein erledigt da kommt der nächste hat jetzt nicht geklappt schnell hier hoch gott was geht denn da ab die das also geht es jetzt darüber und ist das zu weit hätte ich mir denken können also das spiel noch mal von vorne aber das müsste doch von der reichweite nein wieso das denn wieso ist es von der reichweite zu weit für die Nähe das ist schwer oder was sie sind seine Schwerkraft nach unten keine Ahnung muss man anderen Weg finden ja wo lang dann ach vielleicht da ist der Walser vor die Einfahrt ach es wird hier hoch geht doch okay alles gut niemand hat mich genau gesehen ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus nein wir spazieren erst im nächsten Part hier raus vieles passiert wir sind mal wieder zweimal gestorben oder dreimal keine Ahnung wie viel ist mir auch egal ja und hier ist der Part schon zu Ende ja ich hoffe es hat euch gefallen ihr wisst wie ihr den Kanal oder das Video unterstützen könnt mit einem Like einem Kommentar oder einem Abonnement ich bedanke mich fürs Zusehen wir sehen uns im nächsten Part Uncharted 4 los geht's äh tschö mit öfter